Wo ist mein Kollege? Da ist mein Kollege. Man darf nicht so nah rangehen. Ist das gar nicht so schwer, oder? Ja, du musst halt... Den Zoom halt drauf bringen. Weil die Pferde springen immer hoch. Und wenn du sie followst, willst du ja immer versuchen, so wenig wie möglich vom Platz drauf zu haben. Aber wenn sie springen, dann brauchen sie natürlich viel mehr Platz. Und dann musst du halt den richtigen Weg finden, das zu machen. Achtung, wackels. Ja. Beide. Aber sonst soll es machbar sein. Wenn das ist, was er will, dann ist es gut. Nur die Kurve ist echt... Schwer. Schnell. Schnell, ja. Hinten, das ist alles geil. Das ist super easy. Aber die Linkskurve, die jetzt gleich kommt, und die hier ist nicht so einfach. Das ist alles easy, aber jetzt macht er so eine Linkskurve. Jetzt macht er so eine Linkskurve. Da musst du komplett rausgehen. Ja. Komplett raus. Ja, fast. Da sehen wir doch unseren Schatten. Ja, ist doch egal. Jetzt kriegst du die Kurve nicht gezogen. Okay, und das ist der letzte, ne? Ja. Und Cut. Noch nicht. Warte, lass ihn mal. Jetzt. Ja. Jetzt.